Ja, schön, dass ihr zuschaut, hoffe ich zumindest. Es gibt eine neue Bildergeschichte, wir werden diesmal unterstützt von Robert und die Geschichte heißt Der Tod und die Möhre. Wie jeder weiß, macht der Tod vor niemandem Halt, auch nicht vor Möhren. An einem Herbstabend erwischte er ein Bündel Flachlandmöhren. Er rupfte sie im Vorbeiflug aus einem Gemüsefeld, dann ließ er sich mit ihnen auf einer Telefonleitung nieder, direkt neben zwei Spatzen. Piep, 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 pie Er schien sich zu langweilen, der Herr Tod. Hey Tod, piepte schließlich einer der Spatzen, nachdem er zum dritten Mal das linke obere Zeigefingerglied zurückgebracht hatte. Das macht doch keinen Spaß. Komm, lass uns lieber hüpfen und schwingen. Der Draht, auf dem wir hier sitzen, eignet sich bestimmt hervorragend dafür. Und da ihm tatsächlich Tod langweilig war, willigte der Tod ein. Schon nach kurzer Zeit hatte die kleine Gesellschaft einen höllischen Spaß. Abwechselnd oder gleichzeitig sprangen und schaukelten alle drei wild hin und her. Sie ließen sich hochfedern, schlugen Saltos und drehten Pirouetten. Telefongespräche, die durch die Leitung liefen, wurden gestört. Die Techniker in der Stadt machten ein Unwetter dafür verantwortlich. Der Tod kam mächtig in Fahrt und er ließ sich als bemerkenswert sportlich. Bald fing er an zu schwitzen und zog seine Kutte aus. Auf dem Gerippe trug er eine Designer-Unterhose mit rotem Kirschmuster. Das anticipate, die Schwenk scene. Sie ließen dann, schlau Angela für Fussche. 어떠, was Vertrea heavens stich? 뜹st die Kerri öffnen Sie die Plie an. Die Leitung, beschwёрt die Masen und Zeichung. Seit Ihnen ca preset. Sie ließen Stausch, dass wir alles wieder verlassenenодар away. Es ist ganz ACIE Annierer-Ummenerיב. Hauszl Naturally – die hatte zur Tat haga Criminal. Als die Nacht hereinbrach, musste der Tod wieder los. Die Arbeit rief. Ja, guten Tag, Tod am Apparat. Was gibt's? Aha, ein Sterbefall. Ja, ich mache mich auf den Weg. Selbstverständlich. Noch aufgeheizt vom Tonen, wäre er fast nur in der Unterhose losgeflogen, hätten ihm seine neuen Freunde nicht im letzten Moment darauf hingewiesen. Oh, hoppla. Zum Glück. Wer würde schon gerne vom Tod in Unterhose mit Kirschmuster abgeholt werden? Puh. 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 Vielen Dank.